Hätte nicht gedacht, dass ich mal keine Blumen mehr sehen könnte. Sie müssen was gefunden haben. Komm! Vermisst du dein Zuhause, Varia? Inzwischen erinnerst du dich doch wohl daran, wo du hergekommen bist. Naja, ich fühl mich hier zu Hause. Es ist cool, mit Prinz Mo und Yuko abzuhängen. Die sind echt gut drauf. Du auch. Wie seid ihr eigentlich so gute Freunde geworden? Du bist doch auch nicht von hier, oder? Kann es sein, dass euch diese ganze Einhorn-Sache verbindet? Nein. Naja, nicht nur das. Es hat gedauert, bis ich mich zurechtgefunden habe. Wasserblitze bedienen, Fliegen lernen, die Palastregeln einhalten. Ich habe mir Mühe gegeben, das haben sie gesehen. Yuko war mir gegenüber erst sehr reserviert, aber inzwischen haben wir uns mehr als einmal das Leben gerettet. Wir können uns aufeinander verlassen und haben Spaß. Ha, ich schätze, das würde ich auch hinkriegen. Oh, sieh doch! Ist das da Onschao? Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Anshau! Yuko! Mo! Das hört sich nicht gut an! Varia! Brauchst du eine Einhorn-Träne? Wo ist Mia? Keine Ahnung. Sie ist losgeflogen, um nach Onschao zu suchen und hat mich allein gelassen. Mia! Warum hast du das gemacht? Du hast uns in Gefahr gebracht. Ich wollte nur... Vielleicht war das alles wieder mal meine Schuld. Nein, du kennst dich doch hier überhaupt nicht aus. Mia hätte auf dich aufpassen müssen. Danke, Varia. Du hast mir das Leben gerettet. Ich schulde dir was. Vielleicht sollten wir das nächste Mal nicht Xing-Shang-Shong entscheiden lassen, wer in welchem Team ist. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich fühle mich grauenvoll. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn euch was passiert wäre. Das wissen wir doch. Ist schon gut. Jeder macht mal einen Fehler. Ich hätte dich nicht so anfahren dürfen. Da sind wohl die Einhörner mit mir durchgegangen. Kommt schon, Leute! Brauchst du eine Extra-Einladung? Und schau, komm diesem gigantischen Fleischfresser da unten nicht zu nah. Das könnte böse enden. Pantheas alte Katze? Ja, die beiden waren immer unzertrennlich. Kommt, Leute! Ich habe eine Idee!